Wenn wir nicht vorbereitet auf dem Leben sind, dann weiß ich auch, dass es ein bisschen zu heiß ist. Es ist so heiß. Ich hab's ja gehört, du musst einfach das Gummi anfassen. Es ist so heiß. Einfach nur dankbar, wir lieben dich. Aber ich bin auch einfach nur froh, dass es heute die letzte Fahrt sein wird. Ich schau mal, ich seh dieses Check Engine nie wieder. So, wir haben jetzt gerade das Auto ausgeräumt. Ach du Scheiß. Wir sind mit dem Rucksack, mit dem Rucksack und mit diesem Koffer hierher gekommen. So, jetzt beziehen wir nach. So, Auto wird auch vorne mal gebrochen. Ich mache diese Videos von Mädchen, so ein Bikini. Man merkt nochmal an, das ist unser Spülschwamm und Spüli. Und der Topf, mit dem wir das machen, ist auch wirklich unser Topf. Und hier wird nochmal alles nachgefüllt. Und hier wird nochmal alles nachgefüllt. Hier istànhert eine Ausgabe. Das ist das Spiel. Der Topf ist das Ziel. Die Welt ist das Ziel. Bravo, bravo, bravo! 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 Bravo, bravo, bravo! 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 Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo!